Oh, gesund, das ist unfassbar. Da warst du 40. Ja, 14? Ja, ja. Jetzt wird ja immer schlimmer. Jetzt wird ja immer schlimmer. Gönn dir, gönn dir. Das war ne Kacke, ey. Herzlich willkommen zu History of Big Beards Episode 2. Keine Sorge, ich bin nicht alleine hier. Ich hab mir hier drei wunderschöne Gäste mit auf die Couch geholt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein paar alte Fotos und Videos an und reden so ein bisschen über euren Bart-Style. Bis zum nächsten Mal.